Liebe Reisende, herzlich willkommen im Nightjet nach Hamburg-Altona über Wien-Meitling-S-Bahn-U6, St. Pölten-Hauptbahnhof, Linz-Hauptbahnhof, Wels-Hauptbahnhof, Passau-Hauptbahnhof, Regensburg-Hauptbahnhof, Nürnberg-Hauptbahnhof, Würzburg-Hauptbahnhof, Göttingen-Hannover-Hauptbahnhof und Hamburg-Hauptbahnhof. Die Abfahrt erfolgt in Kürze. Dear Passengers, a very warm welcome to your Nightjet service to Hamburg-Altona via Wien-Meitling-S-Bahn-U6, St. Pölten-Hauptbahnhof, Linz-Hauptbahnhof, Wels-Hauptbahnhof, Passau-Hauptbahnhof, Regensburg-Hauptbahnhof, Nürnberg-Hauptbahnhof, Würzburg-Hauptbahnhof, Göttingen-Hannover-Hauptbahnhof und Hamburg-Hauptbahnhof. This train will be departing shortly. Liebe Reisende, herzlich willkommen im Nightjet nach Hamburg-Altona über Wien-Meitling-S-Bahn-U6, St. Pölten-Hauptbahnhof, Linz-Hauptbahnhof, Wels-Hauptbahnhof, Passau-Hauptbahnhof, Regensburg-Hauptbahnhof, Nürnberg-Hauptbahnhof, Würzburg-Hauptbahnhof, Göttingen-Hannover-Hauptbahnhof und Hamburg-Hauptbahnhof. Unser Zugteam steht Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung und versorgt Sie im Liege- und Schlafwagen gerne auch mit Snacks und Getränken. Für eine entspannte und erholsame Fahrt bitten wir um Einhaltung der Nachtruhe zwischen 21 Uhr und 8 Uhr. In dieser Zeit folgen keine weiteren Durchsagen. Bitte verbleiben Sie während der gesamten Fahrt in jenen Wagen, welche mit Ihrer gebuchten Zugnummer an den Einstiegstüren gekennzeichnet sind. Wir wünschen eine angenehme Reise. Dear Passengers, a very warm welcome to your nightjet service to Hamburg-Altona via Wien-Meitling-S-Bahn-U6, St. Pölten-Hauptbahnhof, Linz-Hauptbahnhof, Wels-Hauptbahnhof, Passau-Hauptbahnhof, Regensburg-Hauptbahnhof, Nürnberg-Hauptbahnhof, Würzburg-Hauptbahnhof, Göttingen-Hannover-Hauptbahnhof und Hamburg-Hauptbahnhof. Staff on the train will be on hand at all times to answer any questions you may have and to provide you with a range of snacks and drinks in the Cochette and sleeper carriages. Please be sure to observe the train's silent hours between 9 p.m. and 8 a.m. to enable other passengers to enjoy a relaxing night's sleep. No further announcements will follow during this time. Please remain in the carriages whose entrance doors are marked with your book train number throughout your journey. We hope you enjoy a safe and comfortable journey. Liebe Reisende, in wenigen Minuten erreichen wir Wien-Meitling-S-Bahn-U6. Wir verabschieden uns von allen Reisenden, die hier aussteigen und hoffen, sie bald wieder im Nightjet begrüßen zu dürfen. Dear Passengers, in a few minutes we will arrive at Wien-Meitling-S-Bahn-U6. We say goodbye to all passengers disembarking here and hope to welcome you back on the Nightjet soon. Liebe Reisende, in wenigen Minuten erreichen wir Wien-Meitling-S-Bahn-U6. Wir verabschieden uns von allen Reisenden, die hier aussteigen und hoffen, sie bald wieder im Nightjet begrüßen zu dürfen. Dear Passengers, in a few minutes we will arrive at Wien-Meitling-S-Bahn-U6. We say goodbye to all passengers disembarking here and hope to welcome you back on the Nightjet soon. Liebe Reisende, in wenigen Minuten erreichen wir Wien-Meitling-S-Bahn-U6. Wir verabschieden uns von allen Reisenden, die hier aussteigen und hoffen, sie bald wieder im Nightjet begrüßen zu dürfen. Dear Passengers, in a few minutes we will arrive at Wien-Meitling-S-Bahn-U6. We say goodbye to all passengers disembarking here and hope to welcome you back on the Nightjet soon. Liebe Reisende, in wenigen Minuten erreichen wir Wien-Meitling-S-Bahn-U6. Wir verabschieden uns von allen Reisenden, die hier aussteigen und hoffen, sie bald wieder im Nightjet begrüßen zu dürfen. Dear Passengers, in a few minutes we will arrive at Wien-Meitling-S-Bahn-U6. We say goodbye to all passengers disembarking here and hope to welcome you back on the Nightjet soon. Liebe Reisende, in wenigen Minuten erreichen wir Passau-Hauptbahnhof. Wir verabschieden uns von allen Reisenden, die hier aussteigen und hoffen, sie bald wieder im Nightjet begrüßen zu dürfen. Dear Passengers, in a few minutes we will arrive at Passau-Hauptbahnhof. We say goodbye to all passengers disembarking here and hope to welcome you back on the Nightjet soon. Liebe Reisende, in wenigen Minuten erreichen wir Regensburg-Hauptbahnhof. Wir verabschieden uns von allen Reisenden, die hier aussteigen und hoffen, sie bald wieder im Nightjet begrüßen zu dürfen. Dear Passengers, in a few minutes we will arrive at Regensburg-Hauptbahnhof. We say goodbye to all passengers disembarking here and hope to welcome you back on the Nightjet soon. Liebe Reisende, in wenigen Minuten erreichen wir Nörenberg-Hauptbahnhof. Wir verabschieden uns von allen Reisenden, die hier aussteigen und hoffen, sie bald wieder im Nightjet begrüßen zu dürfen. Dear Passengers, in a few minutes we will arrive at Nörenberg-Hauptbahnhof. Wir verabschieden uns von allen Reisenden, die hier aussteigen und hoffen, sie bald wieder im Nightjet begrüßen zu dürfen. Dear Passengers, in a few minutes we will arrive at Würzburg-Hauptbahnhof. We say goodbye to all passengers disembarking here and hope to welcome you back on the Nightjet soon. Liebe Reisende, in wenigen Minuten erreichen wir Nörenberg-Hauptbahnhof-Hauptbahnhof. Wir verabschieden uns von allen Reisenden, die hier aussteigen und hoffen, sie bald wieder im Nightjet begrüßen zu dürfen. Dear Passengers, in a few minutes we will arrive at Hannover-Hauptbahnhof. We say goodbye to all passengers disembarking here and hope to welcome you back on the Nightjet soon. Liebe Reisende, in wenigen Minuten erreichen wir Nörenberg-Hauptbahnhof. Wir verabschieden uns von allen Reisenden, die hier aussteigen und hoffen, sie bald wieder im Nightjet begrüßen zu dürfen. Dear Passengers, in a few minutes we will arrive at Hamburg-Hauptbahnhof. We say goodbye to all passengers disembarking here and hope to welcome you back on the Nightjet soon. Liebe Reisende, in wenigen Minuten erreichen wir Hamburg-Dammtor. Wir verabschieden uns von allen Reisenden, die hier aussteigen und hoffen, sie bald wieder im Nightjet begrüßen zu dürfen. Dear Passengers, in a few minutes we will arrive at Hamburg-Dammtor. We say goodbye to all passengers disembarking here and hope to welcome you back on the Nightjet soon. Wir verabschieden uns von allen Reisenden und hoffen, sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Danke, dass Sie für Ihre Reise den Nightjet gewählt haben. Hamburg-Altona. We would like to say goodbye to all our passengers and look forward to welcoming you on board again very soon. Thank you for choosing the Nightjet service to make your journey. Liebe Reisende, herzlich willkommen im Nightjet nach... Wien Hauptbahnhof S-Bahn U1 Die Abfahrt erfolgt in Kürze. Dear Passengers, a very warm welcome to your Nightjet service to... Wien Hauptbahnhof S-Bahn U1 Weyer, Hamburg Hauptbahnhof Hannover Hauptbahnhof Göttingen, Würzburg Hauptbahnhof Nürnberg Hauptbahnhof Regensburg Hauptbahnhof Passau Hauptbahnhof Wels Hauptbahnhof Linz Hauptbahnhof St. Pölten Hauptbahnhof and Wien-Meitling S-Bahn U6 This train will be departing shortly. Wien-Meitling S-Bahn U6 Unser Zugteam steht Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung und versorgt Sie im Liege- und Schlafwagen gerne auch mit Snacks und Getränken. Für eine entspannte und erholsame Fahrt bitten wir um Einhaltung der Nachtruhe zwischen 21 Uhr und 8 Uhr. In dieser Zeit folgen keine weiteren Durchsagen. Bitte verbleiben Sie während der gesamten Fahrt in jenen Wagen, welche mit Ihrer gebuchten Zugnummer an den Einstiegstüren gekennzeichnet sind. Wir wünschen eine angenehme Reise. Dear Passengers, A very warm welcome to your nightjet service to Wien Hauptbahnhof S-Bahn U1 Via Hamburg Hauptbahnhof Hannover Hauptbahnhof Göttingen Würzburg Hauptbahnhof Nürnberg Hauptbahnhof Regensburg Hauptbahnhof Passau Hauptbahnhof Wels Hauptbahnhof Linz Hauptbahnhof St. Pölten Hauptbahnhof und Wien Meidling S-Bahn U6 Staff on the train will be on hand at all times to answer any questions you may have and to provide you with a range of snacks and drinks in the Cochette and sleeper carriages. Please be sure to observe the train's silent hours between 9 p.m. and 8 a.m. to enable other passengers to enjoy a relaxing night's sleep. No further announcements will follow during this time. Please remain in the carriages whose entrance doors are marked with your book train number throughout your journey. We hope you enjoy a safe and comfortable journey. Wien Hauptbahnhof S-Bahn U1 Wir verabschieden uns von allen Reisenden und hoffen, sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Danke, dass Sie für Ihre Reise den Nightjet gewählt haben. Wien Hauptbahnhof S-Bahn U1 We would like to say goodbye to all our passengers and look forward to welcoming you on board again very soon. Thank you for choosing the Nightjet service to make your journey.